Hallo, wir zeigen euch von Anyone die Intelligenztraining für Hunde. Für Klein bis Gras ist das Spiel von 1 bis 3. Und wir haben 1 aus Holz. Und heute zeige ich das, wie das funktioniert. Hier drunter sind schon lecker für eine Pfeife. Ihr wisst schon, worum es geht. Hier ist der Pfeife. Pfeife, ist gut? Los! Wie ihr seht, ihr wisst schon, wie man das machen muss. Einfach die Holzstücke verdünnt nicht. Das ist nicht gut. Wenn es draussen regnet oder schneit, ist das eine gute Abwechslung verdünnt. Dann geht's auf den Klingel. Und dann geht's das Klingel. Das ist ein 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 Klingel. Dieille Pfanne. Jean Hauttraining. Also da würde ich einfach auch empfehlen, sehr feine Läcke zu tun, die es noch sehr interessant macht. Da ist China. Loss. Das ist immer noch ein kleines, das ist immer noch ein kleines Blumen. Aber ich habe meine Appen und ich habe noch ein kleines Blumen und das ist nicht so, dass ich ein kleines Blumen und das ist. Also ich kann euch das Spiel Intelligenz Training für Hunde von Anyone wirklich empfehlen. Es ist für Gras auch klein. Tschüss bis zum nächsten Video würde ihr uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.